Wechselpräpositionen Hallo alle zusammen! Guten Tag! Heute möchte ich über die Wechselpräpositionen sprechen. Aber was sind Wechselpräpositionen? Ich erkläre euch! Er sitzt auf dem Tisch. Er ist im Reifen. Und er ist sein Freund. Er sitzt unter dem Stuhl. Hey, hallo! Sie stehen an dem Tisch. Er sitzt neben dem Tisch. Er steht über dem Tisch. Er steht zwischen dem Stuhl und dem Tisch. Er steht hinter dem Tisch. Sie schlafen vor dem Fenster. Und er ist im Sechland. Untertitelung des ZDF, 2020